hallo youtube und herzlich willkommen zurück zu phasmophobia jetzt war wieder ein bisschen normal und ich dachte mir ich zeige euch mal noch die lobby für alle die es noch nicht gesehen haben hier kommen halt ganz ganz viele neue sachen noch restock expected hier haben die geisterboxen dann kommt da was neues coming soon hier haben wir salz hier wahrscheinlich ein pot mit salz und da was weiß ich könnte könnte steinsalz sein noch stärker vielleicht dann haben wir hier unsere thermometer normales thermometer irgendwas kommt auch da noch das gleiche auch mit dem emf gerät eine vorstufe nachstufe da es könnte sowas wie eine bibel sein vielleicht exorzist man weiß es nicht obwohl mikro auch ein schwächer da kommt auch noch irgendwas neues lustiges hier haben aber die kennen die wir haben mit der gopro und das hier scheint wie eine headlight zu sein mit etwas glück haben wir dann vielleicht die möglichkeit wenn wir ein headlight haben dass wir gar nicht mehr die dass wir noch drei hände also drei hände sich drei item slots noch frei haben zusätzlich kerzen haben wir da oben öl lampen die kann wahrscheinlich nicht ausmachen smudge stick irgendwas dazwischen und dann kommt weihrauch bewegungsmelder hier die drei stufen und kurz fix habe ich in der challenge video schon darüber gesprochen holz das was wir kennen und hier stärkeres silberkreuz dreimal wird es wahrscheinlich denke ich mal funktionieren hier eine kamera mit blitzlicht so eine sofort bild kamera ist das glaube ich würde ich sagen könnte von hier so aussehen ja könnte sofort bild sein und dann kommt vielleicht noch eine stufe der kamera sie kommt noch ganz 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 viel zeug und ich freue mich richtig drauf ich habe übrigens unwahrscheinlich gute laune deswegen let's go ich weiß ich bin heute einfach gut drauf ich hatte heute einen schönen tag wir haben heute wir haben heute schön also heute einiges geschafft es ist einfach ein toller tag und jetzt freue mich drauf ein paar geister mit euch zu jagen legen wir uns los geht's los geht's so hello there jetzt soll das immer noch erzählen geil ein healing spot ein healing spot ein healing spot bist du hier mir ein zeichen bist du da oder direkt mal ob wir hier eventuell gerade schon ein flurgeist haben ja nicht sein weiß mal nicht so dass wir mal kamera mit dort geister box ich wollte bist du hier schön ging abdrücke geister box poltergeist phantom oder mimik ja toll Sonst haben wir ja keine Wünsche mehr, ne? Was sollen wir denn eigentlich erledigen? Kerze ausblasen lassen, Bewegungsmelder und während der Jagd smutschen. Ob sich nicht... Bist du nett? Nein, das bräuchte ich doch mal. Kerze hat er ausgeblasen, das ist schon mal der erste Check. Dann brauchen wir jetzt einen Bewegungsmelder. Dann kann ich den Knochen suchen gehen. Also für Attack ist es noch ein bisschen früh, ne? 90% Sanity. Wollte ich ja nur mal gesagt haben, Digga. So, das noch mit... Das denn mal mit. Ach, das war's. Okay. Ja, ist ja gut. Wie weh. Das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte ja nicht, dass jemand leiden muss hier. So. So, äh, was das hier bedeutet, habe ich übrigens in der Weile auch rausgefunden. Äh, das westfragige Grabe, stillsten Ort, äh, da müssen wir zum Beispiel, um ein Symbol herauszufinden, was dieses Symbol hier bedeutet, müssen wir jetzt theoretisch an den See fahren in der, äh, Lounge-Map, äh, Camp-Map und da dafür sorgen, dass wir morgen haben. Und dann kann man mit dem UV-Licht kann man dann diese Symbole finden. Das heißt, an verschiedenen Orten werden wir jetzt... Verschiedene Orten werden wir diese Symbole finden, da kann man daraus was zusammensetzen. Ich glaube... Nur so eine Idee, dass wir eine Mimic haben und die Mimic hat gerade ein Gespenst gemimt. Dass sie zu mir teleportiert hat. Weil ich wüsste sonst eigentlich nicht, was das MF-2 ausgelöst haben soll. Oh, wir haben die... Wir haben die cool. Ähm, können wir gleich mal benutzen. Ich weiß mittlerweile auch, dass wenn man, äh, ich hab's auch in den Kommentaren gelesen. Vielen Dank übrigens dafür. Aber ich weiß es auch inzwischen schon selber, dass die Tatze... Dass die Tatze, wenn ich sage, ich wünsche mir Wissen, dass da eine Hand ausgelöst wird, äh, den ich auch überleben kann durchaus. Äh, und wenn ich den auslöse und das überlebe, dann streicht er mir den letzten Beweis irgendwie noch weg, den ich noch hab. Oder es streicht mir überhaupt einen Beweis weg. Irgendwie so. So, pass auf. Machen wir jetzt mal folgendes. Das ist jetzt fertig. Fotos sind durch. Äh, wir können das ja auch einfach mal versuchen. Oh, oh. Das war Dots. Okay, ist also ein Phantom. Mein Todesgeist. Natürlich. Wir können das ja auch mal probieren. Kein Heilingspot hier. Okay. Da hab ich auch keinen. Oh, ärgerlich. Aber ich hab die Knochen auch noch nicht, ne? Ups. Knöchschen. Noch ihm mehr Knochen. Da haben wir's auch. Hallo. Ah. Damit hab ich jetzt halt so gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin weiter links. Oh. Richtig scheiß fallen gelassen. Ähm. Da. Komm. Komm Hand. Hier im Keller ist der Breaker nicht. Okay, der ist da oben. Da habe ich jetzt über der Breaker nicht geben. Die Knochen. Drogen. Ich habe vier Wünsche. Okay. Versuchen wir es doch mal. Ich wünsche mir Wissen. Ich wünsche mir Wissen. Ich wünsche mir Wissen. Ich wünsche mir Wissen. Dass die Vision völlig im Eimer ist. Und man jetzt echt nicht mehr viel sieht. Deswegen sollte man es auch echt nicht einfach so machen. Wir wissen ja schon, dass es ein Phantom ist. Deswegen ist es mir egal. Aber ich sehe jetzt. Er streicht jetzt hier den Geisterorb weg. Und streicht dann alle Geister, die einen Orb haben. Als Beispiel. Das Phantom war wahrscheinlich auch bei mir. Das kann ja auch hinterher roben. Und deswegen habe ich es wahrscheinlich irgendwas berührt oder so, was mein E-Mail-Film getriggert hat. Hätte mich jetzt auch noch nicht gewundert, wenn ich jetzt daran gestorben wäre, muss ich ehrlich sagen. Aber das Phantom ist, ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwie den Weg im Dunkeln da noch dahin gefunden habe. Ich bin mal irgendwo hängen geblieben, aber es hat funktioniert. Und jetzt fahren wir nach Hose. Aber habt ihr jetzt auch mal gesehen, was das macht, im Endeffekt. Ist halt ein bisschen gaga, muss ich ehrlich sagen. Oh, ist das laut. So gut, ey. Geistertübe ausführen. Jawoll. Na, meine Fähigkeit benutzt. Okay. Ah, richtig gut. Richtig cool. Ich spiele jetzt auch normal auf Profi. Ich spiele jetzt, weil es Zufall ist, dass wir die Kralle wieder hatten. Ist jetzt nicht, dass die jetzt immer kommt oder so. Bring den Geister zu der Kerze aus. Foto vom Geister und Geister-Event. Okay. Hallo. Wir haben Tarot-Karten. Zieh, ich drück mal eine. Fade. Ich habe gehofft, dass ich sofort ein Geister-Foto machen kann. Aber es ist aber so gefährlich, was der Geister-Gerbe, der Geist herkommt. Nix. Nix. Keine Verstecke hier. Okay. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Bist du in der Nähe? Bist du hier? Aha. Gut. Gib mir ein Zeichen. Scheinlich, was wäre der hier oben? Oder ist der sehr ruhig? Ein Shade oder sowas. Aber erstmal, warte, warte. Hallo, Häschen. E-Mail-F5. Der hat es sehr eilig. Das zum Beispiel ist kein E-Mail-F5. Ne? Also ein Board. Aber es zählt als E-Mail-F5. Äh. UV-Lampe bei euch. Und die Geisterbox. Aha. Bist du hier? Bist du da? Bist du da? Okay. 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 Knochen fehlt noch. Aber der könnte auch im Keller sein. Guck mal hier unten. Tja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ah, warte mal. Der Breaker. E-Mail-F drauf. Wenn das E-Mail-F5 ausschlägt, wissen wir, dass es ein Gin ist. Zumindest, solange der Breaker dabei anbleibt. Hab ich die Fritterpatrone gesehen? Ah, weiß noch nicht. Da ist alles Knüchschen. Dann hätte man ja hier schon den Geist. Kerze ausblasen? Foto vom Geist. Ja, richtig. Kerze. Das ist ein Gin. So, hätte man das auch erledigt. Äh, Kerze ausblasen wir noch. Genau. Foto vom Geist-und-Geister-Event. Das kriegen wir schon wieder hin. Äh, Smudge-Pri-Nem. Jawohl. Sehr schön. Alle Fotos fertig. Tarot-Karten. Bingo, Bongo, Bongo. So, jetzt mach mal hier. So. Ach, das hat er untergeworfen. Ich geh mal nach oben. Ich muss noch Smudge- und ein Geisterfoto machen. Das Geisterfoto dürfte am schwersten werden. Vorhin habe ich nur ganz knapp beim Hunt in Tanglewood überlebt, weil ich gesehen habe, dass das Phantom direkt neben mir gespawnt ist, gefühlt. Aber das Phantom folgt einem auch halt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der hier oben das Licht angewandt hat. Ich glaube, ich habe vorhin war... Oh, schade. Das wäre so eine sichere Sache gewesen. Ich habe das da unten. Ah, tollen Hey-Event. Was ist das sonst für? Ah, gut, okay. Na gut, es gibt jetzt keinen Cursed Hunt. Das ist auch schon mal schön. Sehr schön. Und zwar noch ein zweites Smudge-Stick. Okay, meine Sanity ist wenigstens jetzt schön tief. Auf jeden Fall in Hunting-Range. Das ist schon mal gut. Was ist das? Legen wir einfach hier hin. Kriegen wir einen schönen Ketschen. Hier mal ein paar Bilder. Rennen. Bilder, Bilder, Bilder. Aber was ich auch machen kann... Oh, ich dachte, jetzt liegt er los. Da müssen wir den Saft. Was ich jetzt aber nur semi-bedacht habe, ist, dass ich dann auch nichts sehe. Okay, das heißt, Sanity ist schön tief. Nehmen wir noch so eine Taschenlampen mit rein. Das ist schön. 35 Prozent nur noch. Das nehmen wir auch noch mit rein. Da habe ich auch noch mal einen Canis-Fibrader ein. Ich kann Dots platzieren. Da geht auch schön dicht. So. Das ist kein Dots, aber so ist es schön. Das ist ein Dots, aber so ist es ein Dots, also ein Dots, das ist ein Dots... Dots, 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 Dots... Das war's für heute. In die Wand. War der oben bei mir jetzt? War nicht gut, ne? Da kommt er ja. Gut. Sehr schön. Und smart, schön. Jetzt muss er nur eine Kerze ausblasen, das ist nicht richtig, ne? Ja. So. Guck mal, wo der jetzt ist. Vielleicht ist er ja auch gar nicht mehr in dem Raum. Wollte er mal eben mit Sanity wieder auf Vordermann bringen. Sehr schön. 100%. Easy peasy, lemon squeezy. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Okay, blase die Kerze aus. Bist immer noch hier, laut dem Thermometer. Ja, sogar sehr eindeutig bist du hier. Blase die Kerze aus. Los. Na komm. So, so ist das doch hübsch. So kann man das doch lassen. So, dann schreibe ich hier in die Mitte. Dich lassen wir auch da. Perfekt. Ist da wie bei der Taschenlampe nehmen, ne? Können wir eine Route haben, bitte? Danke. Okay, gib mir ein Zeichen und blase die Kerze aus. Okay, weißt du, was wir mal folgen müssen? Okay. Okay. Ich mach den Breaker wieder an. Mit Aktive. Und vielleicht haben wir ja Glück. Blase die Kerze aus. Na komm. Schaffst du, ganz sicher. Bist du am Sprung, Herbert? Zwar kalt, aber nicht minus. Hier ist minus. Er muss noch da sein. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Okay. Wieder hier? Nein. Dann war es doch im Wohnzimmer. Oh, nicht. Ich dachte, der hat etwas klopfen gehört. Naja, ist doch egal. Blase die Kerze aus. Gib mir ein Zeichen. Okay. Blase die Kerze aus. Der lässt sich ja bitten, ne? Haben wir uns ja dafür eine Spaßbremse geholt. Das dürfte vielleicht die hier ausgehen. Blase jetzt die Kerze aus. Komm schon. Gib uns ein Zeichen. Sei bitte ruhig. Hier ist er. Ja. Ja. Du hast gewechselt. Bleib mir jetzt ziemlich sicher, dass du gewechselt hast. Die Frage ist, wohin? Na? Na? Ne, hier in der Küche vielleicht? Nein. 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 Unten ist noch der kälteste Raum, aber auch nicht so direkt, ne? Wir wärmen es langsam wieder auf. Der Pfeiler her ist in den Keller gewechselt. Okay. Ja, dann soll es ja nicht scheitern. Lieber Ginny McGin-Gin. Hier, lass die Kerze aus, ja? Der Raum gehört eh mal dazu. Gut, für den Notfall. Oh, falsch. Hier, Blase die Kerze aus, ja? Ja. 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 Und blase die Kerze aus. Gebt mir ein Zeichen. Das war's. Gut. Dann haben wir alles erledigt. Mein Gott, der lässt sich... Schönes Eingetragen, hoffe ich. Jawohl. Here we go. Ab nach Hause. Und tschüss. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bleibt gesund, bis dahin und ciao.